herzlich willkommen zu diesem vollmond komet video morgen ist ein super vollmond der hellste in 2024 und dann dazu noch ein komet namens chuchinshan atlas habe ich gegoogelt bin aber auch rein in die energie es gibt ziemlich viele neue informationen in diesem video wie es zu sehen auch zurückgreifen zu den dämonischen angriffen zum letzten video was eine extreme resonanz erzeugt hat und ich auch jemand neues durch das kennenlernen durfte der mir gerade hilft also dass die fortsetzung folgt es gibt eine dank sagung am schluss und es gibt ich zeige dir auch wie ich meinen grünen saft machen mit den frischen sachen was das alles reinkommt was ich jeden zwei tag nach vielleicht noch die barfußschuhe aber hauptsächlich geht es um die energie dieses super vollmondes und wie du das für dich nützen kannst hier und jetzt in deinem leben welcome übrigens morgen abend also heute abend mittwoch wenn ich das video aufnehme am donnerstag am super vollmond ist diese komet zu sehen gerade so nach sonnenuntergang wenn dein blick nach osten westen gerichtet ist und wir natürlich einen klaren himmel habe und es ist auch deshalb der hellste super vollmond im 224 weil er sich momentan auf der elliptischen bahn befindet zur erde übersetzt heißt das er ist heute oder morgen am nähesten im 2024 in der vollmond erscheinung und deshalb wirkt das ganze auch größer sprich die auswirkungen des vollmondes sind natürlich dann auf unseren physischen körper und auf diesem erdischen leben dann natürlich intensiver wie die flut ja auch beeinflusst wird vom mond das wasser so bestehen wir menschen natürlich auch hauptsächlich aus wasser salz und ein bisschen fett das little bit lasse ich jetzt heute dementsprechend reagiert unser körpersystem darauf ich werde dir auch noch ein paar persönliche erfahrungen machen aber ich kann dir eins gerade vorweg sagen die energie seit heute ist für mich wahrnehmbar fantastisch ich habe ein download seit gestern abend auch bekommen nach der anderen eine von der katze erzähle ich vielleicht auch noch wenn ich daran denke und ich habe das gefühl dass dieser vollmond eine vollkommenere einwirkung auf uns hat vollmond vollkommen alles mit voll als der letzte der sehr transformativ war die letzten tage waren sehr anstrengend und ich habe so das gefühl wir bekommen gerade heute einen bonus ich liebe dich und ich freue mich so also ich gehe jetzt einfach mal medial rein weil die kernbotschaft und darum fühlt sich das eben auch so vollkommen so rund an dieses vollmondes ist nämlich eine große erkenntnis eine weisheit die sich im inneren der erwachen menschen ausbreitet sage ich mal im tagesbewusstsein es geht darum das ist das thema was jetzt ansteht das gute und böse in uns zu vereinen weil wir haben hier auf dieser ebene gut und böse leicht klassifiziert und das hat auch mit meinem dämonen angriff zu tun den ich vor ein paar tagen hatte ich habe mittlerweile das gefühl dass das die dunkle seite von mir ist denn als ich dann auch reingegangen bin kam bei mir auch das bild der dunklen erde scheinbar ist dieses diese ebene des universums so aufgebaut dass es dir diese yin und yang gibt man frau gut böse sprich dass es von jedem positiven abbild ein negatives abbild gibt die die trennung symbolisiert die simpfungs kommen jetzt so eins zu eins langsam rein sie symbolisieren die trennung die trennung des einen weil wir dies auch erfahren wollten wir fühlen uns ja auch von gott getrennt wurde von anderen menschen obwohl wir in unserem inneren jahr immer nur das eine sind und um diese erfahrung zu machen hat es diese abspaltung gegeben und ich sehe sowohl die lichte die helle erde das ist auch jetzt voll munter erkenntnisse jetzt habe ich es jetzt habe ich gerade die antwort bekommen jetzt weiß ich wieso ich die jetzt gerade live im video weil wieso ich visionen in einer helle lichtvolle zukunft aufstiegsprozess der erde habe und die andere seite weil beide sind aus meiner wahrnehmung real es gibt die helle erde und es gibt die dunkle erde und jetzt geht es wiederum das zu vereinen was dann geschieht weiß ich noch nicht weil soweit bin ich noch nicht ich bin ja mitten im prozess den ich mit dir teile eins zu eins dort wo ich jetzt in dieser sekunde bin ich kann nicht etwas teilen was in der zukunft geschehen könnte das sind annahmen ich kann erzählen was geschehen ist das ist die vergangenheit sondern aber mein ding ist es immer das jetzt zu präsentieren oder zu teilen das was jetzt ist und so verstehe ich jetzt auch für mich warum ich diese vision habe des aufstiegs dann stimmt ja das weil das habe ich ja im letzten video sozusagen in frage gestellt ein bisschen gibt es dann einen sinn darin dass es gut und böse sich immer ausbalancieren ist was ist dann der sinn und zweck des aufstieges wenn je heller wir werden desto stärker wird das dünklere dann macht das sinn wenn beides existent ist und vielleicht ist wirklich der nächste schritt das zu vereinen im außen im inneren mikrokosmos makrokosmos und das ist genau auch der nächste schritt der für mich persönlich ansteht der ich mit dir teile und das ist für mich die vollmondbotschaft die ich einfach aus meiner persönlichen wahrnehmung rausgebe und du schaust einfach ob du damit in resonanz gehst ich hatte also diese diese angriffe sie letztes video ich verlinke es hier unten übrigens bevor ich es vergesse den kometen wenn du dir den anschauen möchtest und andere beeindruckende naturphänomene habe ich natürlich eine insiderquelle ein sehr guter freund von mir den dominik blaser ich grüße dich er ist der stormhunter bekannt in der schweiz war in allen medien und im fernsehen er jagt auch hurricanes nach und so in amerika und er hat es tatsächlich geschafft den komedien jetzt schon zu fotografieren und seine instagram seite ist auch hier unten verlinkt wenn ihr mit ihm kontakt aufnehmt er macht manchmal auch kalender dann sagt ein guten gruß von mir so und jetzt kommen wir zu dem erlebnis was hier passiert ist im letzten video was ich erzählt habe dieser dämonen angriff es fühlt sich so an weil es kam mir bekannt vor weil da kam immer wenn jemand neues in mein leben kam mehr möchte ich dazu noch nicht erzählen und das fühlt sich an so wie ein dunkler anteil von mir und ich werde der nächste schritt mich mit dem mit dieser energie demnächst versuchen zu vereinen auf meinem telegram kanal hat mir die chanett ina lieben gruß an dich dieses video ist für dich an dich gewidmet so dass du dich zeigst wer du bist offen ehrlich authentisch mit namen und bild wie vorher besprochen weil du eine gabe hast und ein unglaublich inneres wissen ich habe sie jetzt frisch kennen gelernt sie hat auf telegram bei mir eine nachricht geschrieben die ich dir vorlesen möchte die repräsentiert die jetzige zeit und war eigentlich gedacht als antwort auf meinen dämonen angriff was ja eigentlich kein dämonen angriff ist im nachhinein aber ich das hat mir so weiter geholfen dass ich dies vorlese für dich und das gehört zu dieser vollmond botschaft und werde auch ihren instagram verlinken und das war jetzt sehr viel theoretisches wissen etc vielleicht kommt danach noch eine energiebetreibung nein keine energiebetreibung wissen wird vermittelt ok gut also lesen wir mal vor auf der serviette geschrieben weil es auf meinem handy ist und ich habe nur ein handy und mit dem nehme ich auf und ich kann nicht zeitgleich also und auswendig lernen wollte ich nicht also habe ich sie aufgeschrieben aloha nennt sie wie fühlt sich diese fühlt sich für dich die folgende wahrnehmung an in meiner jetzigen wahrnehmung beginnt die dualität sich in sich selbst zu verschmelzen statt schwarz weiß gibt es eine metamorphose ins alles und nichts in die pure neutralität habe es ein bisschen abgekürzt geld liebe was wäre wenn wir jeder sind uns in jedem erfahren in jeder dimension in jedem wesen in jedem planeten und was wäre wenn unsere von der liebe abgekoppelten daseins formen also teile uns aufsuchen sobald wir eine entsprechende in einer entsprechenden liebesfrequenz sind um in der quelle der liebe in null punkt anzukommen das würde schlussfolgend heißen weil ich jetzt diese hohe frequenz habe dazu auch die kraft kommt der niedere aspekt von mir jetzt voll raus weil es sich in mir in der liebe integrieren auflösen möchte mit mir verschmelzen mir kommt dabei immer wieder das wort erlösung rein vielen dank liebe scharnett ina und das ist auch mein nächster schritt und ich werde das versuchen vielleicht ist das der sinn und zweck unseres daseins hier wir werden geboren mit und wachsen auf mit den gedanken mustern unserer eltern vorstellungen erwartungen der gesellschaft an uns die lehre an uns wie wir uns in der gesellschaft eingliedern es sind strukturen mechanismen die politik etc wir haben vorgaben leitplanken die sehr sehr eng sind die unsere individualität komplett außer kraft setzen sondern uns zu sklaven des systems machen damit wir weiterhin als energielieferant dienen an höh an nicht hören an schmarotzer wesen auch außerirdischen die sich dann von unserer energie ernähren liebe sind herzlichen gruß auch an dich er hat mir ein fantastisches bild geschickt von menschen die im aufstieg sind und darüber riesige hohe schrecken die über die erde wachen und dieses system kontrollieren diese heuschrecken repräsentieren dass die das matrix system und darin werden wir in diese ebene hinein geboren wenn wir uns anfangen zu befreien das ganze system anfangen zu hinterfragen werden wir natürlich leicht rebellisch es gibt aufstände wir lösen und entkoppeln uns langsam aus diesem system heraus und finden den weg in unsere abgespalten individuelle form hinein dies geht eine zeitlang wir leben dies und haben das gefühl das ist es dann bemerken wir langsam die muster in uns und die blockaden dass auch wir diese beschränkungen und muster haben sobald wir eine situation einen menschen sehen dass wir ins bewertungssystem gehen diese schranken dass wir das anwenden auf systemen auf politik systeme auf gesellschaftliche formen und merken oha der weg dort hinaus ist die erlösung aus unsere gedankens muster die wir haben denn wir möchten immer mehr in die frequenz der liebe eindringen und die liebe ist bedingungslos die liebe liebt dich nicht trotzdem dass du dich so und so verhältst sondern die liebe die liebt die liebe ist einfach und dann kommen dann immer dann wird es immer subtiler in der entwicklung ich rede jetzt von meiner eigenen erfahrung dann geht es immer mehr ins eingemachte und zwar die schattenanteile die schattenarbeit was auch ein bisschen bekannt ist in der spiritualität kommt zum vorschein und die immer wacheren menschen fangen an die schattenanteile von sich nicht weg zu stoßen weil sie weil ihr ego das bis jetzt nicht zugelassen hat oder ihr selbstwertgefühl viele wollen einfach nur das lichte sehen und auch das lichte in sich weil sie mit den dunklen wie noch nicht überfordert sind oder wenig anfangen können sie stoßen es weg das hatte ich auch ich habe die dunklen anteile in mir sehr jahrzehntelang weggestoßen und nun kommt das halt langsam an die oberfläche und zwar dann wenn wir auch bereit sind wir fangen also einerseits an die sogenannte dunkle seite nicht nur in der welt zu sehen zu anerkennen und es triggert uns immer weniger sondern wir können es wie stehen lassen so ist es aber auch dann mit uns selbst diese dunklen anteile in uns werden angeschaut und anstatt sich dafür zu schämen ich schäme mich für diese 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 kann ich sagen ja das ist ein teil von mir und da fängt die liebe an das langsam zu umschließen und während ich jetzt hier dieses video aufnehme nehme ich immer mehr diesen dunklen anteil in mir an stoße es nicht weg sage es ist ein angriff von einem dämonen sage es ist etwas böses und ich bin ein opfer ich bin doch so gut und lichtvoll und schon so lange auf dem weg und ich triggere das dunkle und darum kommt es um mich aufzuhalten nein ich gehe in die verantwortung hier und jetzt mit dir und ich nehme das was ist an und die liebe breitet sich in diesem augenblick aus und umreicht und umschließt den dunklen abgekoppelten teil von uns der nicht nur jahre jahrzehnte jahrtausend oder länger von uns entfernt war liebevolle in die arme so dass wir verschmelzen zu einer nur liebenvolle neutralität denn wenn das dunkle und helle verschmilzt entsteht das leben die neutralität die liebe die alles in sich vereint und das ist der weg der erleuchtung das ist der weg des der einstwerdung das ist der weg den ich jetzt gehe den ich jetzt mit ihr teile und ich spüre dass jetzt live in diesem video in mir heilung geschieht weil ich diese dies nicht mehr wegstoße dies nicht mehr abtrenne als etwas abgekoppeltes von mir sondern dass ich das liebevoll umschließe mit meinem lichten teil und ich spüre wie das dunkle in mich eindringt und jetzt mit mir verschmilzt zu einer einheit der prozess geht länger der ist nicht abgeschlossen mit diesem video es ist aber ein schritt ich fühle meine kundelini ich fühle die schwere meinem beckenboden in meinem wurzelchakra es tut etwas weh eine ganz 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 schwere energie die sich auch ein bisschen wie die mutter ein teil der erde anfühlt der dunkle irdische ist alles gut der dunkle irdische anteil die dunkle erde wird jetzt auch integriert in mir es ist die verschmelzung der niederen und höheren ebenen ich weiß nicht genau was geschieht aber es ist gut ich habe dies noch nie ich habe dies noch nie gefühlt und ich bin ich teile dies live mit dir mein mit unterstützung dieses super vollmondes und wenn du dich bereit fühlst hierfür aber nur dann nur dann wenn es mit dir in resonanz geht sonst tue es nicht es ist sonst zu früh es passiert nichts aber höre auf deine intuition dies hier ist die höhere schule dies hier ist die integration von allem was ist damit die liebevolle das leben das was ist zur einheit sich entfalten kann der nullpunkt die neutralität in uns wenn wir diese arbeit freiwillig anfangen mit uns zu tun hat dies auswirkungen auf das morphogenetische feld ich werde müde das ist anstrengend ich beende ich wollte noch so viel sagen ich muss kurz ich lasse den prozess weiterlaufen aber ich habe nicht mehr viel energie ich mache jetzt einfach noch kurz was ich vorher gesagt habe dann lege ich mich hin großes dankeschön für meinen kanal unterstützung an christine o irene m nadine d johanna i oder l martina w danke für deine worte thomas m bettina h danke bettina hatte ich vergessen das letzte mal ich zeige euch jetzt noch mein smoothie ich bin ein bisschen höher es kommt wieder es kommt wieder meinen grünen saft mache ich aus das ist jetzt irgendwie so skurril wenn ich das jetzt noch zeige das fühlt sich jetzt so komisch an aber ich mache es jetzt weil ich es gesagt habe manchmal muss man auch die mini 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 zähnchen zusammenbeißen bio plattspinat stangensellerie stangensellerie petersilie ich habe auch wildkräuter ein bisschen federkohl federkohl frischen ingwer und kokone salz ich hätte jetzt fast gesagt das ist fast das heftigste video was ich je gemacht habe mal gucken wie jetzt die reaktionen sind und habe auch noch gesagt meine barfuß schuhe mit denen ich durch die berge gelatscht bin da hat mir jemand gefragt welche marke ich weiß nicht guck einfach nach ich habe mir die auch noch reingezogen die auch noch so im biotope da schwimmt noch alle brennessel sammeln heute morgen drehen es geht langsam wieder jeder kommentar der hier geteilt wird unter diesen unter den videos ist eine öffnen und ein sichtbarkeit bekenntnis deines wissens für die öffentlichkeit und du stellst dieses wissen frei zur verfügung und dieses wissen wird von anderen gelesen und das meistens als hilfe empfunden das ist der gleiche grund wenn du ein kommentar unter meinem video schreibst ist das das gleiche wie dieses video was ich einfach hier aufnehmen und teile ich teile mich selbst aus dem jetzt und stelle das frei zur verfügung für diejenigen die diesen weg gehen möchten und von das was ich bereits jetzt integriert habe profitieren wollen wie ein handwerker der schon jahrelang sein handwerk macht und das an seinem schüler weitergibt damit dieser schüler nicht alle schritte nochmal selbst durch jahrelange erproben und testen herausfinden muss und deshalb kommt der schüler schneller durch die erfahrung des lehrers an seinem punkt und das bewirkt eine beschleunigung des entwicklungsprozesses in der menschheit weil er die zeit gespart hat und die zeit die er zur verfügung hat nützen kann wiederum um seine erfahrungen und testereien vorzusetzen welche er wiederum hoffentlich an einem weiteren schüler zur verfügung stellt und diese dann doppelt so schnell vorangeht das ist der grund warum wir unser wissen teilen danke dass ich deine lehrerin sein darf ich liebe dich bis zum nächsten mal hi tsch dsch dsch dsch